Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft mit dem blubbernden Kessel hier den ich liebe nein ich liebe nicht aber ich kann lieben der mit uns redet anscheinend eier Raptor ist sehr schlau wenn er meinen Schädel in einem Haufen so viele Schädel gefunden hat zu Lebzeiten war ich ein starker mächtiger Troll ein Fürst unter den Trollen mit eurer Hilfe kann ich wieder ein Fürst sein die Blutkalbe im Zuldaia haben magische Wäsche die mir zur Rückkehr behelfen können sie verstecken die Artefakte unter dem Sand bei Schmitterschwanz Jungs wird diese Artefakte finden können Aglano wenn ihr sie hebt werft sie in den Kessel Okilidokili das ist aha ok dann machen wir das Freunde da haben wir einen Plan für heute Ok richtig nice habe ich sonst noch was gekriegt ne so kack schwachsinn und es regnet immer noch es ist immer noch dasselbe Junges der selbe Turtle der selbe Ork der hier unterwegs ist und Dinge tut die bestimmt irgendwann bereuen wird weil alte Videos immer kacke sind ne ja 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 das ist ein toter Drache gewesen ok 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 was passiert eigentlich mit dem schwöre ok 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 ich brauche ein Altar Upsi Upsi Babuzi kann passieren kann ja passieren kann ja passieren ich bin ja nicht intelligenteste auf der Planet auf der ich habe Holy Grey reden reden schwer oh Mann es ging früher auch ne mit dem Tempo mitnehmen wenn man gesprungen ist haben wir haben das tempel behalten ist leider nicht mehr so wie ihr seht deswegen ist das nicht lange das ist eine lange schlange, räumt sich draufstehen muss das sein so herz von nice wo ist das herz von nice ich habe auch schon lange nicht mehr geangelt merke ich gerade so ich muss mal dich kurz weg ganz nerven krabbe musste dabei leider sterben tut mir leid außer sei es kann ich alles haben auf der welt man kann doch nicht also warum vom weg geht es nur hier drin müssen sie ihn jetzt töten ich glaube wir wollen nice raus mit krok ist ja kaum besser als diese geistlose trolle die gegeneinander ausgespielt hat manipuliert die figuren in einem spielbrett okay net net weder dude lol hat er es noch durchgekriegt ok das war der ist 10 der ist 10 ne hört auf anzugreifen er gehört mir ihr kriegt eh keine belohnung dafür mein gott allianzler einfach nur dumm im kopf einfach nur wow aber gut was erwartet man von leuten die einem kind folgen ja anduin ich meine dich ich bin voll cool der dino richtig sexy der kleine dino macht es auch da ist auch so starke krallen oder doch das steht am besten schön schön hi einmal gar guten abend liebe freunde seid ihr auch schon alle da ich hoffe ich hoffe doch ich hoffe doch 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 weißt du was auf was ich schon kein bock habe nämlich auf 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 ah du hast gesehen jetzt angegriffen wenn ich eh alle verbindeten völker frechern will da habe ich jetzt schon kein bock drauf zu verarmen da habe ich ja 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 was aber da hat schon auf gesammelt ok da hat noch mal eins greift er an weiß es noch nicht so genau doch er hat das gefunden kriege ich jetzt wirklich erst mal nur eins das heißt ich muss 25 von diesen dummen trollen umbringen denkt ihr gerade das sei witzig oder so ein troll ist ein 2 ist mir egal ist mir doch nichts egal knister und ja der blitz der ist so kacke schwach ich mag schlingen total übrigens habe ich früher immer bin immer viel zu früh dahin gekommen weil ich dachte irgendwann nach allen fünf level oder so bin ich wieder da hingegangen weil ich sehen wollte ob ich jetzt hier questen kann ich mochte das gebiet also schlingen total das war 1 vor cutter und ich habe es glaube ich nie spielen können also ich das level hatte habe ich es wieder vergessen und ignoriert ich hatte damals irgend so einen kumpel den ich irgendwie auch hier kennengelernt habe der war in den chin glaube ich in der stadt habe ich einfach so mit zwei glaube ich es waren zwei einfach so random dudes in der gruppe gemacht wir haben ein bisschen spaß rum gesessen wir haben alles krasse noobs anscheinend danke weil es haben alle drei mitgemacht also alle beide mitgemacht wieder mal vom lagerfeuer sitzen ein bisschen quatschen ich habe da sogar eine axt gekauft das war glaube ich sogar mit dem jäger noch da hatte man ja noch genau eine fernkampf waffe das war auch so ich habe die gekauft ne das war so habe ich mehr ok ich habe zwei gepult ok du triffst nicht du triffst nicht das ist ein fickversuch der trifft dich mal halbwegs das wird jetzt unangenehm ok ich habe ihn rausgeputt gut das war irgendeine coole zeit nach der schule ein bisschen bov gezockt diesen nütz schon wieder abgemacht am nächsten tag ne dann bist du on ja dann bin ich on wuhu aber irgendwie hat sich dann hat sich dann irgendwie so verlaufen ne ich habe dann irgendwie weiter gezockt wenn der nicht da war oder andersrum dann hat sie sich so ein bisschen verloren er hat dann glaube ich aufgehört ich habe dann überhaupt nichts mehr von ihm ich habe den ruhestein wieder nicht gemacht hör auf mir dinge nachzuwerfen Dino wer der schwanz junges Dino das ist schon wieder ach der mag dinge ne also eben das war mir hat Spass gemacht das war so Zeit die war schön das werde ich heute nicht mehr tun war so die Kindheit ne hatte ja eh nie Freunde habe ich jetzt auch noch nicht nicht mal in Wiederspielen keine Wegwisch ähm und es ist halt auch immer so ja wie immer allein spielen ne ihr seht es ja ich spiele es jetzt mit euch zusammen wuhu ach ne das schauen zu wenig vielleicht einer schaut aber ich werde es durchziehen ich mag W.O.W. irgendwann werde ich den Druckdurchbruch haben und dann werdet ihr dieses Video dieses Video sehen und denken früher war alles schlechter als alte Videos sind und dieses Mikrofon ne you know hat ein bisschen Metallisch Dingens das ist das das ist halt wegen USB ne muss ich auch mal ein bisschen was ich bin halt auch nicht ganz zufrieden mit Mikrofon mit Tonqualität sagen wir so mit dem Nebengeräuschen und so ich habe schon Rausch und Drückung habe ich reingetan das ist nice das hat man krass gemerkt das Rauschen durch Rausch und Drückung rein und so weiter und so fort also gut jetzt ist die Frage 1-1-2 was bringt mir denn deine Schultern genau gleich stark ok dann nehme ich von dir die Schultern weil ich die Waffe nicht brauche Sackibacki nice Schultern so classic Schultern und dann nehme ich von dir den Ring der ein bisschen stärker ist ha 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 und jetzt der größte Teufel taucht aus dem Brudeln Kessel auf wie viel konntet ihr finden äh wügt die fertische Kessel hinzu ja ja mein Geist ist wieder stark ich bin bereit die Welt rutsch können jetzt brauche ich einen Körper das holt ganz Lutz Leiche aus Zulkunda die Seele ist bereit doch mein Körper ist es nicht die Lutzkalbe haben in meinem alten Körper vor langer Zeit etwa die Schrecken die sie mir zugefügt haben mein Geist sah dabei zu als sie meinen Körper in Stücke riesen und und ich kann es nicht erzählen die Häuptling Gunsula leitet diese grauenvollen Taten wenn ich mich recht erinnere so war ein starker Mensch ungefähr so groß wie ich was für ein interessanter Zufall ihr wisst was ihr zu tun habt da gar nicht behaltet euch ok Janux Kopf ja 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 hier die Jagd das ist Hemingway da komme ich da hinten hin äh Ruhestein wo ist denn hier das Haus Fragezeichen ist das da drin das Ding verkaufen das Ding verkaufen alles verkaufen alles verkaufen brauchen wir alles nicht für die Horde ah genau für die Horde ah cool da der Quest für mich äh ja ah mehr und Ring da sag ich nicht nein das Stallmeister ich glaube drin war der diese hier eigentlich da ist das Gast der Gastwirt was braucht ihr so jetzt gehen wir natürlich auch wieder schneller zurück jetzt ist nur die Frage komme ich von da komme ich da weg ok da muss ich da außen rum da ist halt jetzt wieder langer langer Reitweg äh 30 kann ich nichts machen ne Talente auch nicht ja doch uuuuuh verringert ihr habt ihr seid von Rollen um 5 Sekunden und erhöht ähh das ist eine kleine Anzahl Anhaftung Nummer 1 torpediert euch an grossen Strecke vorwärts und erhöht aber wirklich weiter erhöht wirklich keine eines verbindenden Ziels ne machen wir Cheat Torpedo he 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 aber das ist auch so lame ne äh ähh 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 italien kann man immer gebrauchen ähh 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 möchte hier hin hier hin heute und da noch alles in alles rennen alles rennen hier haben wir eine Wildstahlblume wuh wuh zack 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 stimmt stimmt jetzt erinnere ich mich gerade wenn ich den Bär wieder sehe ne ich habe den Armani Bär nicht geholt gehabt ich wollte ihn haben aber habe es nicht geschafft sieht der sieht ein bisschen anders aus wie der ähh ich glaube er heisst sogar Armani troll warte mal kurz warum warum nicht nicht gibt sie gar nicht mehr warum okay die gibt es anscheinend nicht mehr so die gibt es gar nicht ich weiss nicht wer bin ich kack hör Kampfbär sowas Kampfbärchen Kampfbär der Armani egal YOLO ne ne es gab den gab es auf jeden Fall irgendwie irgendwann mal irgendwie bin ich zwei dreimal rein gerascht das war das erste mal dass ich in einer low way Stunz bin oder Schlagzug war ja glaube es ein Schlagzug wow 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 da hat es mir ein bisschen zu viel gegen das du musst glaube ich sterben weil an dir komme ich nicht vorbei habe ich gut gemacht der Limmel hier muss ich auch nehmen ähm ich kämpfe jetzt einfach gegen die ich habe ja E-Bahn Level Up und so weiter also schadet es ja nicht gibt ja als Erfahrung wenn ich so als TORPEDO ah wie nice ist der shit hehehe ah richtig richtig nice TORPEDO da haben wir die zwei jetzt oh die werden auch sterben alle werden sterben ja so schnell alle werden sterben ja so schnell so diep der wird endlich ich hab gesagt du sollst sterben hm beide tot yeah 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 beide tot yeah 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 TORPEDO ah da kann man nur noch nach geradeaus ne 30% was war das äh Gansula Sleiche hat er gerade durch auch gehandelt der Limmel ey dieser Limmel komm schon ich muss nur einen beste Meister töten gibt es dann auch nur einen von denen ich weiß es nicht treib mich kurz warte mal mit angreifen so jetzt jetzt kannst du weiter he 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 ab reinhauen mehr braucht man nicht aber ich glaube jetzt machen wir dann den nächsten Part hier weiter denn das war's für heute wir haben ein Blatt von Gesicht ich hab's dadurch gefallen sehen uns im nächsten Mal wieder bis dahin tschaui tschaui das war's für heute das ist